Hallo meine Lieben! Was war denn das? Wie ist der Nagel jetzt kaputt? Entschuldigung! Ist der Nagel kaputt gegangen? Das nennen wir mal Einsatz für ein Video, bitte! Hallo meine Lieben! Ich habe alles kaputt! Herzlich willkommen zu unserem Food-Hall! Wir wollten eigentlich eine Video-Planung jetzt und brauchen wir schon eine Installation. Eine Installation, ja. Zum Bild abhängen. Du hast keinen Nagel kaputt gemacht! Nein! Das ist nur eine Perspektive! Oh mein Gott! Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen! Wir drehen heute einen Food-Hall für euch. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Wir wollen einkaufen und ihr wisst ja, ich leide momentan so eine Übelkeit. Jetzt geht es mir immer besser. Wir haben gedacht, nutzt mal die Chance und wir zeigen euch mal in einem Food-Hall was wir eingekauft haben. Wir haben beim Merkur für 50 Euro eingekauft und beim Hofer für 150 Euro. Also insgesamt 200 Euro. Das ist bei uns so ein Standard-Wochen-Einkauf. Und ja, fangen wir gleich an. Ich zeige euch mal als erstes die Sachen, die wir beim Merkur gekauft haben. Also, let's go! Also, wir fangen mal mit. Ich habe Kokosnuss gekauft. Kokosnuss. Die Lara hat mich letztens gefragt, Mama, wann fahren wir nach Italien? Ich will nämlich Kokosnuss essen. Das haben wir am Strand gekauft. Und deswegen haben wir Kokosnuss gekauft. Das schmeckt so so lecker. Kinder knabbern das total gerne. Hat 5 Euro gekostet. Wahrscheinlich ist das... Es ist okay. Wenn man am Strand so einen Strang kauft, habe ich auch immer 2 Euro gezahlt. Da waren auch nur so 3 drauf. Jetzt ist das eh ziemlich gut vom Preis her. Es ist schon geschält. Man könnte sich wahrscheinlich auch eine eigene Kokosnuss kaufen. Aber das ist halt schwer zu schälen, finde ich. Dann habe ich mir Marshmallows gekauft von Haribo. Hätte da einfach so ein Gusto drauf, als ich sie gesehen habe. Gesundheit! Da hat der Papa einen Blätterteig mitgenommen. Der möchte nämlich nochmal so einen Apfelstrusel machen. Mini-Gürkchen für die Lara und die Michelle für die Schule. Die Lara möchte jetzt noch die letzten 2 Wochen Kindergarten gehen. Hat sie sich gewünscht, darf sie natürlich gehen. Und die Michelle geht auch jeden 2. Tag in die Schule. Dann haben wir auch so dieses Lieblingstoastbrot gekauft. Wenn wir so mal so ein Sandwich essen. So ein Toastkiesesandwich. Dann habe ich mir Nussnudeln gekauft. Kennt ihr das? Das sind so Kartoffelteig. So wie Schupfnudeln. Schupfnudeln heißen die auf Österreichisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. In der deutschen Sprache. Nudeln. Es ist aber Kartoffelteig und Mehlnudeln. Nichts Kartoffelteig. Und das schmeckt so lecker. Und es gibt es ja auch mit Mohnmischung. Aber ich bin nicht so der Mohnfreund. Ich mag es eher mit Nussmischung. Und deswegen habe ich das gekauft. Dann hat er sich aber noch Polentamehl gekauft. Also so Maismehl. Und ja, da macht er halt immer so Polenta draus. Dann auch so eine Hafercuisine von der Marke Julia. Das ist einfach so ein Sahnersatz. Und der Papa möchte nämlich wieder eine Karottencremesuppe kochen. Das lieben unsere Kinder. Und ja, ich habe für mich das mitgenommen. Ein Tassenküchlein. Kann man auch selber machen. Aber ich wollte das mal unbedingt ausprobieren. Ob das wirklich so lecker schmeckt. Das ist für die Mikrowelle. In 45 Sekunden hat man einen Kuchen. Hey, eine Kutsche. Die Katze hat hier eine Zöcke. Eine Zöcke. So, Operation Zecke Entfernung ist fertig. Jetzt geht es weiter mit Pudol. Über die Nussel haben wir geredet, oder? Über die Nussel haben wir geredet. Dann habe ich mir auch so Topfknödel gekauft. Auch aus der Tiefkühlabteilung. Ich finde die so lecker. Ich habe die so lange nicht mehr gegessen. Und habe die einfach mitgenommen für mich. Dann hat sich der Patrick diese Tiefkühlbeeren mitgenommen. Das ist nämlich Himbeeren und Blaubeeren. Das sind deine Lieblingsbeeren für ein Porridge. Und einfach super praktisch. Eingefroren. Vor allem im Porridge. Das ist so cool, wenn das Porridge heiß ist. Und dann macht man die Tiefkühlbeeren rein. Ist das Porridge schon sofort essbereit. Dann hat er aber seine Lieblingsmilch gekauft. Die kauft er sich immer. Der ist von ja natürlich Bio-Mandel drin. Mega lecker. Mega lecker. Oh mein Gott. Mega lecker. Ich habe es schon gehört. Aber ja natürlich ist es eine österreichische Marke. In Deutschland wird es jetzt nicht geben. Wie ihr seht bin ich eher so die süße Abteilung hier. Weil ich habe mir die ganzen süßen Sachen gekauft. Ich habe mir so eine fertige Kardinalschnitte von Merkur mitgenommen. Hat 6 Euro gekostet. Aber das schmeckt so geil. Das sind so... Das ist so... Kardinalschnitte. Müsst ihr mal in Google eingeben. Ich kann es jetzt nicht deckieren. Aber das schmeckt so geil. Und ich kann es leider nicht selber machen. Es ist wirklich nicht so schwer. Nicht so einfach so eine Karte. Also wenn die Schwangerschaft vorbei ist, dann ist die Mama 270 Kilo. McDonalds plus McDonalds. Ich war schon lange nicht mehr bei McDonalds. Guck mir nur McDonalds an. Das ist das einzige was ich aktuell wirklich gut vertrage. Weil ich kann die ganzen würzigen Sachen nicht essen. Eine Marmelade habe ich mir geholt. Weil ich bin eine süße Frühstückerin. Also ich esse immer Marmeladenbrot. Und ich habe das von Dabo mitgenommen. Erlesene Weichsel. Beste Marmelade ist die Dabo-Marmelade. Dann nochmal Tiefkühlheidelbeeren. Tiefkühlbrezel. Ich finde die so cool. Wenn man zu Hause so frische Brezeln machen kann. Mega lecker. Dann unser Lieblings-Eis. Viele von euch schreien mir, das gibt es in Russland und so. Das ist so richtig osteuropäisches Eis. Wir kennen es aus unserer Kindheit in Rumänien. Und ich glaube, dass viele osteuropäische Länder dieses Eis kennen. Da hat sich Patrick auch seine Tiefkühlpizza mitgenommen. Das ist einfach nur Pizzaboden und Tomatensauce. Eis für die Kinder. Fünf Kilo Kartoffeln, holzige Erdäpfel. So, das war jetzt mal der Einkauf von Merkur. Das hat 50 Euro gekostet. Und jetzt zeigen wir euch die Sachen vom Hofer. Auf jeden Fall sagen wir mal ein bisschen. Time out, Sachen reinrennen und danach. Rennt die Kamera noch? Hallo? Jemand da? So, weiter geht es jetzt mit Hofer. Also mit den Sachen vom Hofer. Da haben wir so geile Äpfel gefunden. Also ich weiß nicht, wie ich es euch zeigen soll. Aber schaut mal. Ich mache einen auf. Wir haben da so schöne Äpfel gefunden. Zwei Kilo. Und sie schauen einfach aus wie Schneewittchen Äpfel. Einfach perfekte rote Äpfel. Oder wie im Film. Einfach so richtig leckere, steirische Äpfel. Und ja. Die haben wir uns einfach optisch total. Kennt ihr so Früchte, wo du einfach nur vom Hinschauen und mega Appetit bekommst? Das ist das bei mir. Ja, komm. Dann haben wir Kirschen gekauft. Ein Kilo oder? Nein, 500 Gramm? Ja, mehr. Ungefähr ein Kilo pro Sack. Ein Kilo? Ja. Ein und halb Kilo. Wahrscheinlich. Dann haben sich der Papa und der Potzberg Avocados mitgenommen. Ätten sie die Papa gerne. Dann haben wir uns noch so von Backwaren. So Semmel, Mondstritzer, Olivenbrot. Und der Patrick hat sich auch so ein Vollkornbrot mitgenommen. Dann haben wir noch zwei Bund Radieschen mitgenommen. Dann haben wir ganz viel Zuckermais mitgenommen. Frischen. Weil wir wollen den grillen. Oder grillen. Schmeckt mega lecker. Man kann den natürlich auch kochen. Aber gegrillt schmeckt ja uns irgendwie am besten. Ich hoffe, wir in den Vertrag gehen. Dann haben wir auch einen Langkornreis mitgenommen. Und ich habe mir dieses Studentenfutter. Ich weiß nicht, ob ich das so gut vertrage. Aber ich hatte mir gedacht, ja, zwischendurch mal ein bisschen was knabbern. Ja, dann haben wir Sprühsahne mitgenommen für die Kinder. Die essen das total gerne so zwischendurch oder auch verkauft. Eine neue Pfeffermühle. Unsere ist nämlich heute gestern Abend kaputt gegangen. Dann, oh mein Gott, mein liebstes Spalsen. Ich mag das total gerne. Diese Messinos mit diesem Orangen, Marmelade und Schokolade. Super lecker. Dann haben wir auch noch so Cornflakes gekauft. Das sind diese Lions, diese Fake Lions von Hofer. Das essen die Mädels total gerne. So deren Lieblings-Konflakes. Dann habe ich auch so einen Maschinenpfleger mitgenommen. Gibt es aktuell beim Hofer. Das ist von der Eigenmarke vom Hofer. Und das ist ja ziemlich günstig. Und das ist so, da kann man so den Geschirrspüler damit reinigen. Einfach so reinpitzen und einmal durchlaufen lassen, wenn die Maschine so richtig dreckig ist, kennt man es. Dann Klopapier. Für die Mädels Pommebären. Dann habe ich auch so Hamburgerbrötchen gekauft. Ohne Sesam. Und der Papa hast du auch die Stolen gekauft. Das ist so frische, grüne Bühnchen. Dann haben wir Salat gekauft. Das sind so zwei kleine Salatherzen. Kaufen wir sehr gerne, weil das ist ein sehr, sehr knackiger Salat. Der schmeckt doch sehr frisch und ist nicht so schlapprig. Dann haben sie der Papa und der Botte auch Champignons mitgenommen. 2 Säcke Karotten. Sie wollen nämlich Karottencremeslufe machen. Einmal solche Haferflocken. Das sind glaube ich groß, blättrige. Genau. Und der Papa hat sich dann auch Kokos-Joghurt mitgenommen. Also der Papa darf ja keine Laktose wegen seiner Unverträglichkeiten usw. Und deswegen isst er diesen Joghurt total gerne. Der ist auf Basis von Kokos. Und er schmeckt sehr gut. Ich habe den auch schon gegessen. 95% Kokos. Da muss man nämlich immer aufpassen. Manchmal mischen die Soja darunter. Für die Leute, die Soja nicht vertragen und so. Dann einmal Zucker. Dann hat er auch Zwiebeln mitgenommen. Dio Zwiebeln. Da nehme ich drauf. Der Patrick auch so Frühstückshaferflocken. Das Porridge mitgenommen. Und ein Quinoa. Da nehmen wir immer gerne das bunte, das tricolore. Man kann eigentlich auch das weiße nehmen. Vom Geschmack her. Ist gleich. Ist kein Unterschied. Ist eine optische Sache, sag ich. Ja. Und Oliven. Ich habe Oliven mitgenommen. Grüne. Ich hatte so einen Bock drauf. Ich habe letztens bei Igel mir das toll. Grüne Oliven gesehen. Und war dann so. Oh. Ich hätte gerne. So. Sehr gut. Auch wie in einem Fudon? Nein. Einfach so. Ach so. Dann hat sich der Patrick das mitgenommen. Das ist so ein fertig Gericht. Das ist so ein zusammengemisch. Das sind Risotto Reis. Und getrocknete Tomaten. Das muss man nur ein bisschen aufkochen. Und dann ist es schon ein fertiges Gericht. So eine Beilage. Ist er total gerne. Extra Wurst mitgenommen. Für die Mädels. Und ein Toast Schinken. Weil wir machen. Wir haben ja auch so Toast gekauft. Wir wollen so. Warmen Toastbrote machen. Und dann habe ich noch so Spülmaschinenreiniger gekauft. Das ist voll cool. Den kann man auch so reingeben. Ohne. Ähm. Also mit dem Geschirr. Weil normalerweise Maschinenpflege ist immer ohne Geschirr. Aber das. Dieses Tab. Kann man auch so für zwischendurch. Also es braucht keinen extra Spülgarn. Ja. Und dann habe ich eine Milch genommen. Also eine richtige Milch. Vollmilch. Weil ich habe Bock auf Kaiserschwarn. Achtung wie es offen. Okay. Dann haben wir einmal M&Ms gekauft. Da hat die Luise schon draus genascht. Die M&Ms mit Erdnüssen schmecken unsere Kinder am besten. Dann haben wir auch Babywell gekauft. Weil für den Kindergarten und die Schule und so. Dann haben wir Pflaster. Weil wir haben eine sehr hohe Pflaster. Ja. Pflaster. Ja. Bei uns. Weiß nicht. Bei euren Kindern ist ja bei uns. Wenn sie sich ein bisschen weht und einen kleinen Mini Kratzer haben. Dann brauchen sie sofort ein Pflaster. Das ist für die irgendwie so psychische Heilung. Das war bei Patrick schon sowas. Ja. Wir wollten immer ein Pflaster haben. Da hat uns gar kein Blut rausgehauen. Aber Pflaster hilft halt Wunden. Ja. Dann haben wir auch noch so ein Eis mitgenommen. Mit den Lieblingssorten der Kinder. Kaktus, Bumbum, Meloneneis. Und so ein Smarty Eis wird verbrennen. Dann habe ich auch Backcumberbär mitgenommen für mich. Ich vertrage Käse sehr gut jetzt in der Schwangerschaft. Das war bei Lara gar nicht so. Da habe ich gar keinen Käse vertragen. Aber jetzt in der Schwangerschaft kann ich gut Käse essen. Ich mag den total gerne. Dann Fischtipkin habe ich aber gekauft von Iglo. Zweimal. Dann haben wir uns so ein cooles Licht noch gekauft. Für den Hühnerstall. Das braucht keinen Schaden. Also das ist mit Batterie. Da kann man einfach so dran ziehen. Und dann ist Licht an. Das ist sehr sehr praktisch. Dann haben wir uns so einen Spiralschneider gekauft. Wir wollen schon mega lange Zucchini. Das sind so Nudeln aus Zucchini. Und das haben wir schon lange gesucht. Und jetzt haben wir endlich sowas. Und das war urgünstig. Also 7 Euro zu kosten. Ja, ja wenig oder? Ich glaube 4 Euro. Also 3,99 Euro. Das ist aber auch nicht elektrisch. Das macht man so wie bei einem Spitzer. Haben wir sie geklaut? Wir haben sie nicht geklaut. Wo kamen wir? Ach so. Wir haben sie geflasert. Nein, wir haben sie nicht gestoßen. Los mit dir. Die Mama hat geklaut, oder? Ich habe sie nicht. 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 Okay. Hm. Wir haben sie nicht gekauft. Sicher. Da. Spiralkräuterschneider 3,99 Euro. Oh Mann ey. Von der Dank habe die Mama gerichtet. Ja. Machen wir endlich ins Gefängnis. Ja. Finde die Mama los. Einmal mehr Salz. Und für die Kinder habe ich ein kleines Vier-Gewind gekauft, Capri-Sonne, Fake Capri-Sonne von Hofer, nochmal so ein Toastschinken und dann auch so eine leichte Wienerwurst mit so ein bisschen weniger Fett, einen Topi, das ist sowas wie Monte, dann Bananen, dann habe ich so Rosane-Karamell mitgenommen, mega lecker, da liege ich Lust drauf, habe ich hier wieder nichts da, dann habe ich diese Nudeln, diese Rahmen-Nudeln gekauft, Baby Spinat haben wir auch mitgenommen, und Brokkoli, dann auch eine Milka-Schokolade zum Naschen-Zwischenwurf, dann habe ich auch so eine Sonnencreme für die Lara, die hat die letzte Sonne ist so ein bisschen eine raure Haube, wobei es eh schon besser geworden ist, oder? Ja. Was habe ich gesagt? Es ist besser geworden ist. Was? Ja. Von? Riese. Lara. Ja, was heißt? Deswegen habe ich so eine 50 plus Sonnencreme für den Kindergarten mitgenommen. Darf ich auch dabei sein? Nein. Nein. Du musst dich immer abdecken mit deiner Hand. Genau. Für Neurodermetiker und besonders empfindliche Haut. Und, einen Künstchen habe ich auch nicht genommen. Ich habe beim Beef, beim Beef, beim Hof war so Schleckis gefunden, für den Beef. Ich habe beim Beef so leckerlis gefunden. Habe ich das gesagt? In seiner Tasche. Beim Hof habe ich für den Beef so leckerlis gekauft. Das sind so Leberwurst. Leberwurst Schleckis. Ja, das war es mit dem Food Haul, meine Lieben. 200 Euro mehr Kur und Profa. So ein typischer Wochenankauf bei uns, aber mit viel grobstem Gemüse, viel frische Sachen, aber auch viel Süße. Das darf nicht fehlen, auf alle Fälle. Ja, ich hoffe, der Food Haul hat euch gefallen. Wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.